Vorlesen lassen, das ist richtig. Das hilft Missverständnisse zu vermeiden. Tja. Wessen iPhone geht noch aus? Wie sind das jetzt? Du hast ja jetzt so ein neues zum vierten Mal. Ich habe jetzt das vierte iPhone 6. Ist voll gut. Es geht nicht mehr aus. Scheißegal, wie kalt es draußen ist. Minus 10 Grad, bleibt an. Alles gut. Ja, es ist fantastisch. Ich bin zufrieden. Das ist halt so lustig, weil du ich finde, du hast ja über Wochen immer wieder, das war ja eine kontinuierliche Leidensgeschichte. Ja. Und Austausch und Nerv und der Austausch mit eigener Leidensgeschichte und dann bist du neu wieder da, aber neu, selbe Problem. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist kalt draußen. Was heißt kalt? Unter 10 Grad. Ja, das ist halt entscheidend, dass es noch nicht mal eiseiskalt sein muss, weil es kam ja jetzt eine Zeit, in der war es wirklich kalt. Also in Berlin war es ja super krass kalt, hier in München war es eiskalt, bei uns war es eiskalt. Also in Finnland sowieso eiskalt, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, der Einzelne. Und, ähm, aber das Problem sozusagen, du nimmst das iPhone meistens in einem Kontext vielleicht von Sport oder Leute, die jetzt irgendwie im Rad unterwegs sind, ein Foto machen unterwegs, halt nimmst das iPhone raus, aus einer Tasche oder wo auch immer du es mit dir beförderst und machst irgendwas mit dem iPhone und, ähm, blöd gesagt, ohne das zu 100 Prozent absichern zu können, macht wahrscheinlich nicht was, was auch so ein bisschen Funk-Kram, GPS und vielleicht Bluetooth, also, also auf jeden Fall, da ist viel aktiv beim iPhone und was passiert ist, dass das iPhone ausgeht. Genau. Und zwar so ausgeht, als hätte es keinen Akku mehr. Ganz genau. Auch wenn du noch Restkapazität, also durchaus du drückst dann auch auf den Power-Knopf und in dem Moment kommt dann die Anzeige, guck mal, ich hab keinen Akku mehr. Diese, wo dein Akku so rot leuchtet und das Ärgerliche, dann denkst du dir, okay, hab ich's nicht geladen, was dann nicht ist und du schließt es zu Hause wieder an oder steckst es in die Hosentasche und plötzlich geht's wieder an. Ja. Und du bist wieder auf demselben Akkustand wie vorher. Genau, das ist, glaube ich, das entscheidende Zeichen dieses Problems. Genau. In dem Moment, in dem du es ansteckst oder es wieder aufgewärmt ist in irgendeiner Form, bist du eins zu eins bei deinem alten Akkustand praktisch. Genau. Also, das heißt, dass der Akku war nicht leer und die Anzeige hat gesponnen, weil da gibt's ja auch so einen eigenen Bank mit der Anzeige, ähm, das, das ist nicht der Fall, sondern das Telefon denkt aus irgendeinem Grund, es müsste sich abschalten, weil zu kalt und problematisch. Irgendwas mit dem Akku. Ja, wahrscheinlich spricht irgendwo eine Spannung. Es muss mit der Temperatur schon zu tun haben, aber die Hauptproblematik ist, dass es offensichtlich auch ausgelöst wird in einem Temperaturbereich, der absolut legitim ist. Also, es ist ja von Apple, sagt einfach zwischen, Betriebstemperatur ist zwischen 0 und 30 Grad. Ungefähr jetzt. Oder 0 und 32 Grad oder sowas. Aber 0 Grad ist quasi, also wenn du jetzt irgendwie minus 5 Grad hast, dann kann Apple sagen, ja gut, das kann halt passieren. Würde ich ja auch völlig einsehen. Ist ja irgendwann auch so. Ich mein, Akkus und, 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 wenn's wirklich schneidend kalt ist, ich mein, das ist ein Problem. Ja, absolut. Also nicht nur ein iPhone-Problem, sondern insgesamt ein Problem mit Geräten, die mit dem Akku, mit dem Akku ausgestattet sind. Aber bei 5 Grad oder 7 Grad, äh, da kommt dann irgendwann die Grenze, wo's halt echt ärgerlich wird. Ja. Und der Witz war halt, dass du das eben über, über Wochen hast du, hast du berichtet und Austauschgerät, selbes Problem, im Selbstprogramm. Ich hab immer gesagt, wenn, ich... Was macht der Idiot, da hast du dir gedacht. Nein, nein, das hab ich mir nicht gedacht, sondern ich hab mir gedacht, warum, warum tritt es bei mir nicht auf? Also ich hatte sozusagen diese, viele derselben Faktoren, ähm, und die, die, ähm, es hätte sozusagen bei mir auch auftreten müssen. War das, was ich mir gedacht hab, warum, warum passiert es sich? Und da, ja, nachdem du dann eins bekommen hast, bei dem das nicht mehr passiert, äh, geh ich nach draußen bei mir und, äh, schnurr, da geht mein iPhone aus. Das ist gut. Äh, und zwar exakt halt so, wie du's beschrieben hattest, also genauso, wie wir eben auch gerade's nochmal beschrieben haben und, äh, das ist dann seit diesem Tag, äh, ist das relativ, ähm, äh, kontinuierlich danach auch aufgetreten und zwar immer, also die, es gibt eine andere Voraussetzung, um das auszulösen oder zu, äh, wie soll man sagen, es wahrscheinlicher zu machen, dass das passiert und das ist natürlich, äh, äh, ist, äh, ist, wenn der Akku nicht ganz voll ist, sondern so dem, also meiner, da bist du auch, bin ich gespannt, ob du jetzt nochmal irgendwie, aus deinen Erfahrungswerten noch, noch was, äh, dazu hast, äh, der Akku muss so unter 70 Prozent sein. Also ich hatte es einmal bei 84. Okay, ja, weil das ist zwar schon ein interessanter Punkt, weil das ist sehr fast voll. Genau, weil, äh, ich erinnere mich an die Zahl, weil ich, weil ich, als es ausging, mir damals dachte, hast du es wieder nicht geladen. Ja, okay. Weil das war, dann mache ich es wieder an, dann steht da 84 und dann denke ich mir, ne, 84 ist definitiv klar. Ja, das ist, da gibt es keinen Zweifel. Ja, das ist interessant, weil sonst, also bei mir persönlich war es immer nur unter 70, also das war, sobald ich das iPhone wirklich quasi zu Hause vom Strom genommen habe, da war es dann aber halt auch über 90, also es war wirklich dann knallvoll praktisch oder so voll wie möglich getankt, ähm, da ist es, konnte ich es halt einfach nicht reproduzieren, auch bei den richtig kalten Tagen, also auch als jetzt minus 5 Grad mal war oder sogar kälter, so furchtbar kalt war es bei uns auch nicht, auch minus 5 war es schon, ähm, konnte ich das iPhone rausnehmen, ist einfach nichts passiert, ist einfach normal weitergelaufen. Hat sich nicht dran gestört quasi. Ja, ich hätte, also noch eine kurze Ergänzung, was diese Sache auch ein bisschen verwirrend macht, wenn iPhones überhitzen, also wenn du Sommertemperaturen hast, 38 Grad oder irgendwie 40 Grad oder so und du lässt es irgendwie in der prallen Sonne liegen, gibt es eine Warnmeldung. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, iPhone hier zu heiß schaltet sich ab äh, und bei, bei Minusgraden gibt es das nicht, also da geht es halt aus und sieht halt so aus, wenn es nicht geladen ist, was man, was man sicherlich auch mal überdenken könnte, ob das so. Ähm, und, äh, die zweite Geschichte, die ich noch kurz dazu beizuregen habe, also mir ist es auch einmal passiert, aber da waren hier irgendwie minus 25 Grad da, und der Akkustand war, und der Akkustand war auch bei 10 Prozent. Ja, okay. Bei Minus 25 Grad ist das auch völlig indiskutabel, das ist in Ordnung. Ja, da kannst du ja daneben legen und auch ausgehen. Ja. Keine Frage, aber was ich gemerkt habe zum Beispiel, also es ist definitiv ja verknüpft mit der ganzen Batterietechnik, weil ich habe, ähm, dass die jetzt bei diesen Temperaturen, ähm, häufiger hatten, so Bluetooth-On-Ear- Kopfhörer, dass ich mit denen durch den Schnee gelaufen bin und die sind einfach ausgegangen. Und, äh, das auch auf die Kälte meines Erachtens zurückzuführen, weil, als ich dann wieder im Büro war, ähm, du kannst die anschalten und dann funktionieren die auch ganz normal wieder. Ähm, aber die haben sich dann auch abgeschaltet bei dem Wind auf die Kopfhörer und so auf und aus. Du hattest ja so ein bisschen Probleme mit dem Express-Austausch, weil der nicht so richtig Express war und. Kann man so sagen. Hat ein bisschen lang gedauert und hin und her und die E-Mail kam nicht. Die Probleme hast du jetzt in Zukunft nicht mehr, wenn das nochmal passiert, weil du kriegst keinen Express-Austausch mehr, weil der ist für nicht AppleCare deaktiviert worden. Der ist ja schön. Ja. Also nicht mal mehr mit Geld bezahlen. Nee. Ja gut, das ist ja fair. Ja, also da sieht da ist irgendwas komisches mit am Laufen mit diesem Express-Austausch. Und auch mit dem kompletten Gerät, hat man ja schon mal gesagt, also komplette Gerätetausch im Laden wird wohl auch eher zurückgefahren, ähm, damit sowas nicht passiert, dass du nicht zu viele Geräte bekommst. Zu deiner eigenen Zufriedenheit. Ich hätte ja auch, mir hätte ja eins gereicht. Ein Austausch, das hätte nur von Anfang an halt funktionieren sollen. Aber das Lustige ist, ich hätte echt nicht gewettet, dass es, ähm, an, also der Austausch ist behebt. Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es war halt nur eine Frage der, der, der oft genügend Austausch. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt selbst mit 40 Prozent Akku eine halbe Stunde 40 Minuten draußen auf dem eiskalten Boden liegend mit Bluetooth-Lautsprecher an und und Musik-Streaming im Hintergrund. Alles überhaupt kein Problem. Das Ding läuft und läuft und läuft ähm, und geht halt nicht mehr aus. Ja, und das heißt ja auch, dass es ganz offensichtlich Geräte gibt, die wenig oder gar nicht von diesem Problem betroffen sind. Und es offensichtlich Geräte gibt, die aus irgendeinem Grund mehr davon betroffen sind. Und es gab ja diese Diskussion, also genau dasselbe Phänomen, die, die sind genau dieselben Symptome, haben wir ja ich glaube beim, wenn du ein bisschen beim Google hast du sie, bist du glaube ich auch drüber gestolpert, gab es beim iPhone 5. Ja, genau. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern damals, dass das so eine Diskussion war, dass das iPhone 5 neu war und dann kam noch irgendwie, ich glaube dann mit irgendeinem Betriebssystem-Update, da gab es auch eine ganz, es war eine kleine Zahl damals, aber es gab so eine Zahl an Leuten, die einfach dieses, genau exakt dieses Problem hatten, auch unter Umständen unabhängig von Kälte, sondern einfach, das Telefon geht plötzlich aus, äh, du, du schließt wieder den Strom aus, das ist exakt an demselben Akkupunkt an, äh, wie es vorher war. Ich, sehr spannend, ich habe auch sehr viele Hörer und Twitter-Follower, die sich, also ich würde jetzt mal sagen, so 20, 25, die sich gemeldet haben und sagen, ja, das habe ich auch, das Problem. Und die ersten, bei den ersten fünf bis zehn Leuten sah es so ein bisschen danach aus, bei allen, wo es nicht ausgeht, die haben einen TSMC-Chip. Habe ich gedacht, okay, aber das ist ja, das kann es auch nicht sein. Es hat sich aber dann irgendwann rausgestellt, dass es halt auch Leute gibt, die einen TSMC-Chip haben, bei denen es auch ausgeht. Ja, das macht es halt schwierig, da irgendeinen sinnvollen Fahrzeug. Bei mir ist es ja auch ein Samsung, aber es macht es halt schwierig, irgendein Fahrzeug daraus zu ziehen. Sowieso TSMC-Beste. Ich hatte zumindest, mein erstes war ein Samsung und das war halt sofort immer leer und das zweite war ein TSMC und es ist die ganze Zeit voll. Das lehnt sich auch von selbst auf. Super. Und das ist halt, kann halt auch was komplett anderes sein, aber es hat jetzt bei mir den Effekt, ich würde gerne dieses länger behalten und das funktioniert jetzt wirklich eigentlich komplett einwandfrei, würde ich sagen. Und da auch jetzt nichts mit mit WLAN, also so die üblichen Krankheiten, so irgendwie WLAN geht, ein GPS geht, ja es geht, jetzt geht alles. Geht alles. Aber auch zusätzlich diese GPS-Geschichte, das war ja irgendwie mit neuen, zwei? Zwei oder irgendwas. Und das ist auch keine Erklärung, was da eigentlich. Ja, das war ja völlig unerwähnt. Das war ja auch in keinen Release Notes drin, nirgendwo. Es war einfach kaputt über lange Zeit und ziemlich haarsträubend und dann war es gefixt. Hast du jetzt eigentlich deins irgendwie schon mal versucht austauschen zu haben? Ich habe es weder versucht, noch bis jetzt konkret geplant. Jetzt ist es schon wieder wärmer geworden, es ist nicht mehr ausgegangen. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich schon früher oder später an den Punkt gekommen, weil das ist halt schon super frustrierend. Also es ist nicht so, ich kann dann schon vermeiden, auch das Gerät rausnehmen, aber ich meine, vielleicht willst du ja auch mal ein Foto knipsen. Ich meine, warum soll ich irgendwie, wenn ich in einem Schnee unterwegs bin, du darfst keine Fotos mehr schießen? Das kann ja nicht die Lösung sein. Also du musst ja jetzt noch nicht mal irgendwelche Sportaktivitäten machen und das Telefon irgendwie wild rum oder auf den Boden legen, sondern einfach nur, wenn du einfach aus der Tasche nehmen willst, um ein Foto zu schießen. Das kann ja echt was ganz Banales sein. Aber so schnell, dass es direkt ausgeht? Wir führen von zehn Sekunden kalt? Ja, auf der Stelle. Du nimmst es raus und du drückst praktisch drauf und es geht, also so war es jetzt bei mir immer. Und du nimmst es raus, machst halt irgendwas und es geht aus. Und davor ist es durchaus, also wenn du es, ich habe es ja meistens in der Hosentasche oder also, wo es so ein bisschen Wärme eigentlich existent ist. Ich meine, ich habe jetzt keine Hülle drum und habe keine sonderlichen Schutzvorkehrungen für Wärme des Telefons getroffen, aber das Telefon war auch kalt draußen, wenn du länger draußen unterwegs bist bei den Temperaturen. Aber, Blöd. Naja. Da. 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 Da.